Jodo, it's Jazzy back! Und ich bin mein Boss von der anderen Welt. Ich habe das K-Level, wie ihr seht, aufgemacht. Hab gerade die paar Level schon gemacht, wo ich die Kombostaben nicht vollzählig hatte. Und auf geht's zum dritten Boss. Bombige Brutstätte. Und ich weiß, was für ein Gegner kommt. Ein ziemlich Merkwieder. Da ist wieder so viel Action auf dem Bildschirm dann, dass sich hoffentlich mein Grabber nicht wieder aufhängt. Gucken wir mal, was wir da haben. Hm, ein Ei. Ich bin nur ein dober Tiki. Nuhu. Natürlich hat der Jetpack, ist das einfacher. Nuh 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 nuh. Nuh nuh. Jo. Der abgefuckte Vogel. So. Ziel ist es jetzt, dem Guten mit Bomben zu bewerfen. Ja, wenn das nicht passiert, genau. Und ich hoffentlich mein Diggi nicht verliere. Um ein Herz. Danke. Ja, was machst du, mein Freund? Der war übrigens richtig gut. Eben. Der Wurf, der war geil. Ach, die Mega-Bomben wird endlich erstmal eine Hälfte explodieren. Wat du Hund? Oh nein, mein Diggi nicht. Du bist ein Assi, ey. Hab ich dich. Jetzt fängt er an durchzudrinnen. Ja, genau. Ich bin auch so irrt. Ich werde auf jeden Fall kaputt gehen hier. Ich merk's. Ich bin ja so befeuert. Gott, ich muss mich konzentrieren, ey. Ich bin echt weit. Ich bin wieder nicht getroffen. Nein, daneben. Scheiße, nein. Scheiße. Mist. Ich hab mich so konzentriert, dass ich gar nicht gesehen hab, dass da eine Bombe war. Oder hat der blöde Vogel mich erwischt. Mist. Komm her, werf mal hier einher. Ich bin hier. Hallo. Oh, ich bin hier. So, Treffer. Numero uno. So, da ist er nochmal. Oh, der war gut. Der war überhaupt nicht geplant. Ganz im Ernst nicht. Wer lacht so doof. Treff ich dich? Nein, ich treff dich nicht. Diesmal ja. So. Komm, mach einen Schlussflug. Gleich nochmal. Ist mir egal. Ich bin drauf vorbereiten. Oh. Wie, wie, komm her. Nee, die will ich nicht. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin schon wieder unvorsichtig. Boah, ich pass wieder nicht auf. Ich konzentriere mich so auf die Bomben, dass ich auf das scheiß Feeney auch passe. Und den kann man nicht wieder sehen. Ja, ja, was für mein Tiki. Wieder daneben. Ja, hab ich dich erwischt, du Sau. Das wurde mal ein Zeil, ey. Mein Gott. Das wollen wir gar nicht sehen, ey. Eklavter Tiki, du gehst einfach auf die Fresse jetzt. So. Wie viel haben wir jetzt? Bin gespannt. Ich bin wieder so 20. Yes! Mein Rekord. 22. Gut. Was er verdient, Hund. Ich glaube auch, dass mehr als 22 gar nicht geht. Und 15 bei dem anderen beim Decay-Fass. Glaube ich, geht gar nicht mehr. Man schafft einfach nicht mehr. Ding, 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 da, 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 da. Dede, dede. Wuhu. Die Höhle. Jetzt haben wir meine Lieblingslevel. Die Lorenlevel. Ich freue mich in Keks. Klappmaschine 4-1. Das wird ein lustiges, vor allem der Endgegner, der kotzt mich ja schon an. Da hab ich ja gar keinen Bock auf den Endgegner hier. Auf den Level-Boss in 4. Aber der Rest der Welt ist geil. Und auch sehr aufregend. Hier ist nix, nein? Gut. Yippie. Ich ging mal posten, ne? Ein bisschen posten. Ich werd ja was hosten. Na, ne? Banane. Noch eine Banane. Da ist ein Fass drin. Und hier ist noch was. Noch eine Bananenstaude. Die, die, die ich nicht brauch. Hier wird man gesprengt. Und jetzt geht's darüber. Pusten. Pusten Sie bitte mal in dieses Röhrchen. Herz. Banane. Hier ist auch Banane. Banane. Hinze. Dong, dong, dong. So, jetzt geht's runter. Ja, komm wieder runter, jem. Schwein. Bin ja relativ früh. Da ist ein Bonus-Spiel. Bonus-Piel. Und wieder was, was mich freut. Und bloß nicht abstürzen. Ich bin ein bisschen ruhig. Ein bisschen Concentration hier brauche. Concentration. Ah, gut mal. So, das End musste ich jetzt haben. Ich will den Demisino mal rein. Kein Bedarf noch. Bam, 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 bam. Alles bricht zusammen. Da ist ein Fass übrigens. Was man nicht übersehen kann. Fürs nächste Bonus-Spiel. Ja, super. Was mich gar nicht freut. Rollen wir das Feld mal von oben auf. Irgendwie da unter. Unter der magischen Ticker-Grenze vom See. Und weiter geht das Vergnügende aus. Die Buseltal. Da bin ich sogar mit etwas zu viel Schmackes gesprungen. Scheiße, muss ich hier wieder anfangen. Hm, Mist. Ich habe kein Diddy. Oh, nein. Das wird kein Spaß. Schieß mich ab. So. Das ist mal besser erwischt als vorher. Wie, das hast du, wenn es dir entgegenläuft. Also, wenn du nicht hinter dir alles zerfällt, sondern vor dir. Das ist so ätzend. So, diesmal. Das Puzzletal zählt ja eh. Von daher brauche ich mir keinen gucken. Eins. Spray. Drei. Und wieder wegschießen. G. Und das Ende. Nice. Supi. Wahoo. Yeah. Geilomat. Supergeilomat. Es ist halb 5, ey. Ist mir egal, ich will auch nehmen. Yo, Leute, das war... Ich weiß nicht, wie viele Parts, ich hab's einfach vergessen. Aber auf jeden Fall mach ich gleich noch weiter mit dem nächsten Teil von Lonky Kong Country Returns. Bis dann.